Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Das ist die Süßigkeiten-Goodie-Geburtstagstorte. Süßigkeiten-Torte für meine Nichte zum Geburtstag. So sieht die einmal aus. Also das ist so ein Badespaß, das ist so ein Schaumbad. Das sind so einmal die Süßigkeiten. Da habe ich auch so Kunstblumen hingeklebt. Und hier sind dann diese LOL-Figürchen vom Action. Und hinten sieht das dann einmal so aus. Das ist ein Spiel. Rudelbad hier unten. Das ist so ein Süßigkeiten-Lutscher von LOL. Das ist dann so ein Marshmallow-Lutscher. Hier haben wir Oreo-Kekse. Hier ist dann auch von LOL noch so Schmuck drin. Und das ist so ein Make-up von LOL. Und hier ist so ein Stationary-Set von LOL drin. Hier habe ich so ein bisschen Taschengeld drauf getan. Dann, wo sieht das denn einmal aus? Und dann drehe ich das Ganze einmal. Also ich bin noch am überlegen, ob ich die Scheine eventuell als Herz falte. Das könnte ich nämlich auch noch machen. So sieht die fertige Torte aus. Das ist dann auchyn Decke. Vielen Dank.